so jetzt haben wir nur noch zwei aufgaben wir machen aber jetzt eliminieren gegner beim brennpunkt mache ich ganz simpel in arena ist auch glücksspiel weil man muss halt auch das glück haben dass da einer landet und logischerweise den kill machen aber ihr habt ja wenn ihr nicht die anderen videos gesehen habt erkläre ich euch noch mal kurz was ein brennpunkt ist wie man den erkennt und was damit halt genau gemeint ist ich hoffe wir machen auch direkt ein kill weil beim letzten mal das sollten wir ja nur den da sollte man die schaden den schaden machen dadurch zwei kills glaube ich zwei kills definitiv drei weiß ich nicht genau dann natürlich mit dem video helfen konnte wäre es nett ein abo dazu lassen würde mich unterstützen und würde mir halt auch zeigen dass irgendwo schon was richtig machen also wenn du kein abonnent bist gerne ein abo da lassen wenn du die 10 euro passive cut gewinnen willst einfach mal unter dem video die video beschreibung durchgucken da ist auch das video von mir verlinkt wo ich genau erkläre wie du den code gewinnen kannst wie du den einlösen kannst aber das wichtigste ist dafür brauchen wir abonnenten bzw ihr braucht abonnenten für mich weil bei 50 abonnenten kommt dann die fünfte zahl hinzu so brennpunkt brennpunkt ist in dieser map hier lucky landing ist daran zu erkennen dieser goldene schriftzug hier unten daran erkennt ihr immer die brennpunkte eigentlich müsste da einer lande weil erstens ist es so schräg rüber man kann direkt ausspringen und lucky landing ist eigentlich schon beliebt also selten dass da keiner wohin springt also wir probieren es direkt wünscht mir glück dass ich auch direkt einen gegner finde weil die arena aufgaben muss auch noch machen von der tagesaufgabe her wie gesagt einfach drei runden arena spielen ganz simple sache im prinzip ist ja alles simpel wenn es funktioniert man kennt es ja also ich habe schon falsch schon gehört ist jetzt nur die fahrer landet er auch bei mir und warum er kommt glaube ich auch dazu von links und auch noch einer wir holen uns extra die truhe hier wo er landet zack da haben wir schon den ersten kill wir werden es gleich denke ich mal hören anhand der drohnen Er ist hier Er ist in dem Haus Ah da ist er Er weiß auch, dass ich hier bin Oh, hier ist aber noch einer Kaum runter Ist zwar jetzt ein bisschen die Feigling-Taktik, aber Lieber ein lebendiger Feigling als ein toter Held Aber jetzt wisst ihr schonmal, Lucky Landing ist in dem Fall Bremsenpunkt Jetzt muss ich noch fassen, dass hier keiner kommt Zack, da ist schon der zweite Kill Was ist das, was ich meinte? Tick vorsichtiger, dafür der Kill Boah, der hat gesessen Jetzt ziehe ich mich hier noch fest Nein, da wäre er gewesen Aber ihr habt ja gesehen, wie simpel es eigentlich geht Den hätte ich jetzt gerne noch gehabt Dann hätte ich die drei nämlich in einer Runde gehabt Und ich wäre schon fertig mit der Aufgabe Also wie gesagt, Brennpunkts sind immer hier mit diesem goldenen Licht, ach Licht sah ich schon Goldenem Schriftzug Und da müsst ihr halt landen Da sind ja eh die Wochen mehrere Aufgaben Ihr seht ja Ja gut, ich weiß jetzt nicht, ob es wegen der Aufgabe macht Aber ich hoffe, ich konnte euch damit helfen Wie gesagt, gerne ein Abo dalassen Guckt euch in der Videobeschreibung das Video an Wie ihr die 10 Euro gewinnen könnt Und in dem Sinne würde ich sagen Haut rein! Guckt euch mal rein!